Das Serene Operntheater gibt es seit 1998. Geleitet wird es von der Autorin und Regisseurin Christine Thornquist und dem Komponisten Juri Everhards. 73 Musiktheaterwerke hat man bis zur Uhr aufgeführt, sieben waren es vergangenen Herbst. Sieben neue Werke, thematisch ging es um die sieben Tugenden der Barmherzigkeit. Und nun sind die Videomitschnitte dieser Opern frei zugänglich gemacht worden, darunter auch Elsa von Margareta Ferik-Petritsch. Spannende Musiktheaterwerke Festa Immaculata Was will die da? Pisse wahrscheinlich Ein Licht, das Leere, vielleicht wieder verstopft. Oder sie ist einfach zu faul, um ins Erdgeschoss hinunter zu gehen. Die alte bringt uns noch in Schäufelskirche 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 Die Leiterinnen, Christine Thornquist und Juri Everhardt sind auch an den Subventionsgeber-Rinnen nicht vorübergegangen. Die Wiener Theaterjury hat Anfang des Jahres die Unternehmung zur Förderung empfohlen. Die Förderungen steigen von 200.000 auf 290.000 Euro pro Jahr.